Ja, herzlich willkommen zu meinem neuesten Video und es ist endlich soweit das lang ersehnte Top 5 meiner Lieblings-Godzilla-Filme. Also wirklich die Top 5 der Nonplusultra-Filme. Ja, ich habe vor euch vor ungefähr 6 Jahren, ja, vor 6 Jahren habe ich euch eine Top 10 erstellt, nur mit Musik unterlegt. Und was hat meine Top 10 Godzilla-Filme? Jetzt sind schon wieder 6 Jahre ins Land gezogen und ich habe auch viele Resonanzen auch bei diesem Top 10 Video bekommen. Ja, warum erklärst du nicht so ein bisschen auch so irgendwie, warum das irgendwie so ist, sein Film und so würde mich mal interessieren und so weiter. Und ich dachte halt zu dem Zeitpunkt, da ich da alle Godzilla-Filme wieder gesehen hatte, dass sich das eigentlich nicht rentiert und so weiter. Aber euer Resonanz ist mir natürlich auch wichtig und ihr wollt unbedingt wissen, warum, weshalb, wieso ich diese Filme gut finde. Und hier und da hat sich ein bisschen was geändert, vor allem da es jetzt eine Top 5 ist, habe ich mir auch was gedacht. Ey Leute, es ist die Top 5, es ist jetzt auch der 70. Geburtstag von unserer geliebten großen japanischen Monster-Exte. Und da dachte ich mir so, ey, weißt du was, wir machen nicht nur eine Top 5 meiner Lieblings-Filme, sondern wir machen auch eine Top 5 ungefähr von der Reihe her der ganzen Ähren. Denn, wie ihr jetzt hier sehen könnt natürlich im Bild bei mir, gibt es verschiedene Ähren auch von Godzilla. Es gibt natürlich die Showa-Ära von 1954 bis 1975. Dann natürlich gibt es auch noch, die habe ich halt nie gesehen, diese Zeichentrick, amerikanische Zeichentrick-Serie, diese Ära. Und natürlich gibt es halt die geile Hai-Sai-Ära, die 80er, 90er-Filme von 85 bis 95. Dann natürlich gibt es die Tri-Star-Ära, aber die kommt hier natürlich nicht vor. Das ist natürlich der Emmerich-Godzilla und natürlich die, die da dazugehörte Zeichentrick-Serie. Dann wieder die japanische Ära, die Millennium-Reihe, die Millennium-Ära. Natürlich gibt es das Monster-Verse, das gerade aktuell ist. Und natürlich die, das wusste ich gar nicht, wie die heißt. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die Reiwa-Ära mit dem Shin-Godzilla, den aktuellen Minus-One und natürlich die ganzen Anime-Sachen. Das ist gerade die aktuelle Ära von den japanischen Godzilla-Filmen. Und natürlich werden die auch in Reihe und Glied auch bei mir praktisch gesehen, bei der Top 5 sein. Natürlich geht es natürlich auch um diesen Film, jeweils den Film, den ich hier in meiner Top 5 haben will. Nicht lange großen sind rumgeschnackelt. Werden wir jetzt noch gleich beginnen. Deswegen, Leute, das ist meine eigene Meinung. Wie gesagt, jeder kann es anders empfinden, je nachdem, was für Filme er mag. Deswegen seid mir nicht sauer, wenn manche hier nicht drin sind. Und ja, habt auf jeden Fall viel Spaß bei meiner Top 5. So, natürlich auf Platz 5 sehen wir eine der neuesten Ära, die gerade aktuellste Ära im japanischen. Und zwar die Reiwa-Ära. Da ist ein Film bei mir auf Platz 5. Auch noch ein ganz, ganz frischer Film. Und nein, wie gesagt, es ist ein frischer Film, also nicht Shin-Godzilla. Shin-Godzilla habe ich leider so ein bisschen meine Bedenken. Jeder sagt dann immer so, ja, Kurt, du bist kein wahrer Godzilla-Fan, wenn du Shin-Godzilla nicht magst und so. Das ist falsch. Es sind natürlich auch Godzilla-Fans, die andere Geschmäcke haben, Leute. Jeder hat einen anderen Geschmack, auch als Godzilla-Fan. Deswegen, jeder kann sein Godzilla-Feeling so ausleben, wie er will. Und Shin-Godzilla war leider nicht so mein Feeling. Er hat zwar auch coole Atmosphären, alleine die Sequenz, wenn er da am Abend ist und das erste Mal seine atomaren Strahlen macht. Das ist richtig episch, auch die Musik und alles. Aber ganz außenrum, alles drumherum war für mich einfach nicht toll und die Story war auch nicht so prickelt. Deswegen ist bei mir auf Platz 5, auch mit einer vollen Punktzahl, wie gesagt, in dieser Top 5 sind alle volle Punktzahl, ist natürlich auf Platz 5 Godzilla Minus One. Ja, wie gesagt, Godzilla Minus One, ich habe ihn jetzt einmal gesehen im Kino. Ich habe ihn jetzt schon ein bisschen wieder angeschaut auf Netflix und es ist einfach ein richtig geiler Film. Für das Budget, das er hatte und alles. Es ist ein ernster, böser Godzilla wieder. So, wie er ihn auch mag. Ich mag ihn natürlich auch böse, aber ich mag ihn auch natürlich auch auf irgendeine Art und Weise nicht. Wobei, Godzilla und nett ist immer so eine Sache. Es ist ein Monster, das alles zertretet. Wie gesagt, Godzilla Minus One geht darum, das ist Ende des Zweiten Weltkrieges. Und es ist alles wahnsinnig, richtig toll gemacht. Die Story alleine, klar, es ist jetzt keine perfekte Story oder eine Story, die man noch nie gehört hat. Aber es ist mal wirklich eine Story, wo du verfolgst, wo du auch die Charaktere gerne verfolgst und alles. Und das ist echt schwer, in vielen Godzilla-Filmen hinzukriegen. Und es ist jetzt auch kein Problem, dass es manche Godzilla-Filme nicht hinkriegen. Im Gegenteil, man mag ja auch das ganze Monstrum herum. Aber das Minus One ist wirklich, dass Japan nach 70 Jahren es immer noch schafft, so eine Echse auf der Leinwand zu bringen, mit einer guten Story, ist echt fabulös. Wirklich wahr. Godzilla Minus One ist echt ein sehenswerter Film. Nicht nur für Godzilla-Fans, sondern auch für welche, die einfach auch dieses Kino mögen. Schaut ihn auf jeden Fall euch an. Wenn ihr Netflix habt, schaut auf jeden Fall Godzilla Minus One an. Er ist ein richtig toller Film. Wer noch mal genauer ist, den wir, kann meine Kritik noch mal angucken, aber wahnsinnig toller Film. Mit einem auch schönen Godzilla und einem richtig geilen atomaren Strahl auch. Also wirklich auch wieder mal ein bisschen was Neues erfunden ist. Und die Musik ist auch so richtig geil in diesem Film. Da sind so viele Anekdoten aus den alten Godzilla-Filmen. Und natürlich auch Musikstücke auch aus anderen, wie zum Beispiel auch die Rückkehr des King Kong. Wer hat es erhören können? Und natürlich gibt es auch eine Anspielung am Ende von Godzilla Minus One auf Godzilla Monsters, äh Godzilla Mothra and King Ghidorah Giant Monsters All Out Attack aus der Millennium Reihe. Da gibt es auch eine nette Anspielung dann auch bei dem Film. Also wirklich Godzilla Minus One ist ein Augenschmaus und auch mal was wieder ernsteres, düsteres. Natürlich will ich das nicht immer haben. Ich will auch einen Godzilla, der auch kämpft gegen Monster. Deswegen ist das Monsterverse auch super da. Und ich hoffe, dass Japan auch wieder mal einen Godzilla-Film macht, wo er feiert. Weil der letzten richtigen Godzilla-Film in Japan rausgebracht hat, wo er auch gefeiert hat gegen andere Monster oder andere Kaijus dabei war, war Final Wars. Und der ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre alt, Leute. Deswegen Godzilla Minus One auf Platz 5 meiner Top 5. So, kommen wir zu meiner Platz 4 meiner Godzilla Top 5. Und zwar ist das diesmal die Millennium-Ära, also die Millennium-Reihe. Also einer davon von der Millennium-Reihe. Die Millennium-Reihe ist so ein bisschen zwiegespalten. Klar, ich hätte auch meine Swan auf Platz 4 machen können, aber bei der Millennium-Reihe gibt es halt so drei Ausnahmen, die halt auch richtig toll sind. Und das war jetzt ein bisschen, ein bisschen war es schwer, mich bei zwei Filmen zu entscheiden, wer ist jetzt meine Platz 4. Also ich habe da, in dieser Reihe habe ich zwei Filme, die haben volle Punktzahl. Aber es war ein bisschen schwierig für mich, welche ich reinmache. Also klar, es gibt Godzilla 2000 Millennium, den finde ich jetzt nicht so abnormal gut. Oder Godzilla Megagiras ist jetzt auch nicht so. Also der Renner, dann gibt es, wie gesagt, dann ist halt auch noch Godzilla Giant Monster Out of Attack. Der ist halt meine volle Punktzahl. Oder Godzilla Against Mega Godzilla, auch volle Punktzahl. Natürlich gibt es auch noch Tokyo SOS Final Wars. Und Final Wars, das ist das Geile, wie Godzilla dann auch noch den Gino. Oder Dino, oder Gino, wie man ihn ausspricht im Japanischen. Die haben ihn ja Gino irgendwie sowas genannt, den Ziller von Emmerich. Wie halt der japanische Godzilla den Emmerich Godzilla da auch einen komplett wegbläst. Aber Final Wars hat halt auch seine Extremschwächen in seinem bisschen trashigen, bisschen, ich weiß nicht, der Antagonisten-Alien-J-Pop-Verschnitt gedönst. Ja, schwierig. Ist zwar ein ganz netter Lacher, wenn man das sich anschaut jetzt nach Jahren, aber ist halt trotzdem schwierig. Aber ja, wie gesagt, das Ding war halt Godzilla, Giant Monsters Out of Attack oder Godzilla Against Mega Godzilla. Aber ich habe mich dann für Godzilla Against Mega Godzilla entschieden. Er ist einfach auch ein richtig toller Film und für mich der beste Mega Godzilla, den es gibt. Worum geht es in Godzilla Against Mega Godzilla? Ja, Godzilla, ich weiß nicht, ob er da noch, ist es auch wieder ein bisschen länger her, aber ich denke, Godzilla taucht wieder auf. Es ist auch so eine Art Vorstellung zum allerersten Godzilla der Showa-Reihe und macht halt alles radikal platt und so weiter. Und es wird dann ein Mecha-Godzilla erstellt aus dem Skelett des ersten Godzillas, der halt im Originalen halt besiegt worden ist. Was ein bisschen auch an den Haaren herbeigezogen ist, weil eigentlich löst sich Godzilla da komplett auf im allerersten schwarz-weißen Godzilla-Film. Aber egal, es ist trotzdem eine geile Idee, dass halt ein Mecha-Godzilla drumherum gebaut wird, um das Skelett von dem allerersten Godzilla. Und der halt dann auch gegen Godzilla antreten soll, aber dann auch Amok läuft. Und wie das Ganze ausgeht, das müsst ihr natürlich selbst schauen. Nicht die klassische Godzilla-Musik, aber auch eine richtig coole Musik. Ein kurzweiliger Film, der geht, glaube ich, nur so um die 70 Minuten. Ich bin nicht mehr ganz hundertprozentig sicher. Er ist nicht lange, um die 70 Minuten, glaube ich, aber toll, 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 toller Film mit einem der besten Mecha-Godzillas und auch einem schönen Godzilla-Design. Ich liebe diesen Film. Er ist einfach auch richtig cool. Allein die Idee, ein Skelett von Godzilla zu nehmen und darum, Mecha-Godzilla drum zu bauen, ist einfach grenzgenial geil. Wie gesagt, Giant Monsters All Out of Attack ist ganz dran vorbeigeschiffed hier an der Top 4. Aber ich liebe den auch. Deswegen, Leute, ist auch eine Empfehlung, Giant Monsters All Out of Attack. Aber Godzilla ergänzt, Mecha-Godzilla ist mein Platz Nummer 4 und natürlich auch somit auch die Millennium-Reihe. So, liebe Leute, kommen wir zum Platz Nummer 3 und das ist das Aktuellste, was es überhaupt gibt, nämlich das Monsterverse aus Amerika. Ja, da gibt es ja jetzt schon viel. Da gibt es einmal den 2014er Godzilla, Kong's Skull Island, dann auch natürlich Godzilla, King of the Monsters, Godzilla vs. Kong, dann auch noch eine Skull Island-Serie, dann auch die Monarch-Serie, die ich überhaupt nicht empfehlen kann. Das gibt natürlich auch Abstriche und natürlich den Godzilla-Kong The New Empire. Wie gesagt, merkt euch, das X ist stumm. Godzilla-Kong New Empire und es ist auch kein Und-Godzilla und Kong. Nein, der heißt Godzilla-Kong The New Empire. Ja, ich war da eigentlich nicht zwiegespalten bei dem Monsterverse, was da bei mir Platz 3 ist und warum ist auch das Monsterverse Platz 3? Weil ich einfach, ich feiere das Monsterverse. Das erste Godzilla-Film, den ich im Kino gesehen habe, war halt dann, überhaupt mein Godzilla-Film im Kino gesehen, war der 2014er Godzilla. Ich war einfach happy, den einen Godzilla-Film endlich mal im Kino zu sehen, hatte ich nie die Gelegenheit. Dann, wenn ich an Skull Island denke, es war endlich mal eine Art King Kong, auch wenn es kein King Kong ist, aber es ist ein Kong, endlich mal anders erzählt. Es ist nicht immer diese ähnliche, gleiche Story. Es hat zwar Anekdoten, aber es ist endlich mal auch anders. Es ist mal anders irgendwie, mal den zu sehen und das macht mich auch so viel Herzenssprünge, weil es ist auch schon immer, immer gleich erzählt worden, die ganzen King Kong-Filme. Und jetzt haben wir endlich mal den. Dann natürlich gibt es den Godzilla-King of the Monsters, da kommen wir gleich dazu. Und natürlich Godzilla vs. Kong, wobei Godzilla vs. Kong ist so ein bisschen so der Fall. Ja, Story hin und her, aber da ist ein, das sind einmal so Darsteller-charaktermäßige Leute, die mir einfach beim zweiten Mal schon auch nicht mehr so gut gefallen haben. Mal schauen, wie es beim nächsten Mal ist, aber ja. Wie so die anderen Serien, lass mir weg, wie Serien sind die eh nicht drin. Und dann gibt es natürlich den Godzilla-Kong, The New Empire, der auch ganz cool ist. Ich weiß, ich mag den ja, aber es ist unangefochten. Natürlich ist auf Platz 3 Godzilla vs. King of the Monsters. Ich habe den Film drei oder vier Mal im Kino gesehen und ich war hin und weg. Ich habe den mit Grüße gehen raus an Robin, mit Robin zusammen im Kino angeschaut und war einfach komplett weggeschossen davon, von dem Film. Es ist einfach, es ist eine Fanliebe. Es ist einfach, einfach so schön. Mir kommen jetzt schon fast wieder die Tränen, wenn ich daran denke. Und er hat so viele geile Sequenzen. Leute, überlegt mal, wenn ihr mal an das Monsterverse-Ding, aber auch an King of the Monsters, er hat so viele geile Sequenzen, die eigentlich schon filmgeschichtlich eingehen. Alleine die Sequenz, wenn King Ghidorah da auf dem Vulkan ist und da hochschreit, dann dieser Blick überhaupt, dieses Ding. Oder auch, wenn Godzilla dann am Ende, wenn alle dann um ihn rum sind, alle anderen Kaijus, alle um ihn rum, also alle anderen Titanen, hier sind ja Titanen, alle anderen Titanen um ihn rum sind, ne. Und dann er dann so aufschreit, weil er praktisch gesehen The King of the Monsters ist. Es ist einfach die Rodan-Sequenz, der Fight dann, wie Godzilla einfach dann Ghidorah batz in den, einfach in den Wolken, in den Wolkenkratzer da rein, da rein, reingeschneidert. Und es ist, es ist abnormal geil. Dann auch, wie sie versuchen, wieder Godzilla zurückzuholen, diese Sequenz. Da denke ich immer noch dran, Dr. Serisawa. Da kommen mir immer nur noch die Tränen. Und dann, wenn Godzilla dann wieder aus dem Meer emporsteigt, den Strahl hoch, dann so zurückschaut zu den anderen und dann kommt dieses Oder auch dieser, überhaupt dieser Original-Soundtrack neu aufgemischt, amerikanisiert, sag ich mal. Aber auch mit diesem, der Komponist, ich liebe ihn einfach, Bär, wie heißt er noch, Bärmeck, sorry, wenn ich das jetzt gerade aussprechen kann, aber ihr wisst ja, was ich meine, wie gesagt, der auch Walking Dead gemacht hat und so weiter, den Soundtrack, es ist einfach, es ist einfach göttlich. Ich liebe es. Einfach diese ganzen Melodien, diese ganzen Anekdoten an anderen Filmen, an so vielen Godzilla-Filmen, was man alles sehen kann und so. Einfach Fanliebe. Godzilla, King of the Monsters, ist für mich einfach wirklich endlich dieser US-Godzilla-Film, den ich immer sehen wollte. Das ist der US-Godzilla-Film, den ich immer, immer sehen wollte und nicht sowas wie damals von 98. Klar, als Kinder haben wir den 98er auch gefahren, aber Godzilla, King of the Monsters ist, es ist einfach Liebe, wirklich. Jedes Mal, ich habe den jetzt, ich glaube, es ist bald auch schon zwei Städte, dass ich ihn gesehen habe, so ganz gesehen habe. Ich habe schon so oft Szenen gesehen von dem Film. Das glaubt ihr gar nicht. Und ich liebe den Film, wirklich. Er ist einfach ein abgrundtief toller Film. Fanliebe pur. Klar, die Story ist jetzt nicht so tolle, aber Leute, wie gesagt, ich habe den jetzt schon so oft ganz gesehen. Und ich finde, von den ganzen Godzilla-Filmen ist der die angenehmste Story eigentlich sogar. Es geht sogar. Es tut sich schön, weil es kommen immer wieder Monster-Fights und alles Mögliche. Und vor allem das, was du dann siehst, ist richtig geil. Auch wieder das erste Mal Godzilla da aus diesem Eis rauskommt. Und dann kommt zum ersten Mal auch diese Musik. Wenn ich gerade wieder daran denke, dann diese Aufnahme, dann geht es so hoch. Dann sieht man eh, dann schnauft er, weil er ist ja gerade da in dieser Kälte und so. Und er attackiert zum ersten Mal King Ghidorah. Leute, King of the Monsters ist für mich einfach ein richtig, richtig, richtig toller Film. Er bleibt für mich hier immer im Herzen. Er ist für mich der beste Film im Monster-Verse und würde es auch immer bleiben, weil ich bin einfach ein Godzilla-Fan. Und er hat mir als Fan-Herz wirklich höher schlagen lassen, was da alles in dem Film passiert ist. Und was für grenzgeniale Szenen, wo man Jahre später immer noch drüber reden kann. Weil ich liebe es einfach auch in Filmen, wenn dann irgendwelche Szenen entstehen, die du einfach noch nie so, also die halt wirklich dann auch irgendwann vielleicht sogar Geschichte schreiben, weil die einfach geil aussehen. Auch wenn es CGI ist, aber Leute, es ist nun mal das Zeitalter des CGI ist und ich finde, es sieht auch verdammt gut aus. King of the Monsters, Godzilla King of the Monsters vom Monster-Verse ist bei mir auf Platz 3. So, und dann, mein Platz Nummero und zwei geht an die Showa-Ära. In der Showa-Ära gibt es so viele Filme, die ich ansprechen könnte. Ich könnte den allerersten schwarz-weißen Godzilla-Film ansprechen. Ein super toller Klassiker, ein sehr schöner Film. Ich könnte auch die Rückertes Kinkung ansprechen, auch wenn die trashig und komisch ausschaut, aber ich mag den trotzdem. Godzilla und die Urweltraupen, auch ein super toller Film. Ähm, äh, was haben wir denn noch? Wir haben halt, wir haben auch, eigentlich, so viele Filme sind so toll. Die Höllenbrut oder, oder Destroy All Monsters oder halt hier, also, äh, hier, wie heißt der nochmal auf Deutsch? Äh, Godzilla, Godzilla Frankensteins Monster aus dem All, wie sowas heißt der, glaube ich? Ähm, saugeil, oder Godzilla-Soul ist ein Kindheitsfilm, aber natürlich auch ein bisschen trashig, wie der Godzilla da aussieht und so. Oder auch Godzillas Kampf gegen die Teufelsmonster und alles drumherum. Aber es gibt einen Film, der immer mein Liebling war und ich hab mir extra nochmal, ich hab mir extra nochmal, es ist so eine Art Zweiteiler, kann man sagen. Es ist immer, also am Anfang war es ja immer so, dass es eine Fortsetzung war von den Godzilla-Filmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Aber dann so langsam, glaube ich, wenn mich die ganze Zeit, wurde es so ein bisschen wieder ein bisschen anders erzählt. Und da war das dann nicht mehr so dieser artrote Faden, weil ein leichter roter Faden bei den ersteren Filmen gab es. Und dann war da irgendwie dann auch ein bisschen weg. Es war halt dann Godzilla da. Und dann gibt es halt zwei so Filme, die halt so eine Art Zweiteiler sein können, sagen wir es mal so. Und zum einen ist es einmal King Kong gegen Godzilla oder auch der Originaltitel Godzilla gegen Mechagodzilla. Und natürlich auch Die Brut des Teufels Terror auf Mechagodzilla. Das sind so die zwei Filme, die eine Art superschöne Fortsetzungen sind. Und es war wirklich sehr schwer. Für mich ist immer noch King Kong vs. Godzilla. King Kong vs. Godzilla? Äh, King Kong gegen Godzilla. Godzilla vs. Mechagodzilla. Ganz komisch, Leute, wieder mit dem deutschen Titel. Tut mir echt leid. Aber ja, ist immer noch im Herzen. Ich liebe diesen Film. Ich mag den. Es ist einer der Filme, wo ich echt dann vor dem TV stand als Kind. Und ich hatte echt Angst. Und ich dachte immer so, es gibt so nur fünf Godzilla-Filme als Kind. Pustekuchen. Es kam dann irgendwann mal so eine TV, so eine Movie-Zeitschrift raus, wie der Emmerich Godzilla kam. Und dann stand irgendwas vorne. Ich glaube, damals waren es 22 Filme. Ich bin jetzt nicht mal ganz sicher. Und da dachte ich mir so, wow, so viele Godzilla-Filme als Kind. Hui. Da freute ich mich. Aber dann wie halt Godzilla gegen Mechagodzilla. Wie das dann war. Und dann siehst du so das Ende. Und dann denkst du so, nein, schafft es Godzilla, schafft es Godzilla nicht und so weiter. Ich war als Kind da komplett aufgeregt und so. Und das ist für mich halt dieses Denken und so weiter. Deswegen ist es auch volle Punktzahl. Aber ich habe mir halt dann auch nochmal die Brut des Teufels angeschaut. Und ich habe halt so ein bisschen Abstriche dann ziehen müssen. Extra jetzt hier für diese Top 5. Also Leute, wie gesagt, das sind Mini-Nuancen. Die sind volle Punktzahl-Filme für mich. Aber ich habe jetzt extra für Platz 2. In Andenken wirklich an der Showa-Ära ist für mich die Brut des Teufels Terror auf Mechagodzilla auf Platz 2. Warum ist das so? Zum einen ist endlich wieder dieser geile, tolle Soundtrack, den wir immer kennen von den Godzilla-Filmen mit dabei. Und es führt auch wieder Ishiro-Honda-Regie. Es hat hier Akira, Ivo Kube, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, hat dann auch wieder den Soundtrack gemacht. Und man merkt es einfach. Und es ist einfach so toll. Ich mag die Titanosaurus. Ich mag Mechagodzilla. Ich mag auch ein bisschen so diese Story, die es da ein bisschen gibt, diese Story da, dass sich dann noch der eine in diese Wissenschaft-Tochter da verliebt. Und dann ist sie eigentlich dann auch dafür dann zuständig, dass praktisch das Gehirn von, dass sie halt ihr Gehirn dann im Mechagodzilla, also Mechagodzilla ist praktisch gesehen da da auf eine Art und Weise dann auch unsterblich, außer sie stirbt. Und der eine verliebt sich da in die. Und es ist auch so ein bisschen so ein kleines Story-Gedöns dabei. Und es hat mir schon irgendwie auch gefallen. Und es ist einfach herrlich, auch anzuschauen. Auch der Kampf, wenn Godzilla dann diesen hier macht. Ey, das ist einfach, es ist einfach geil. Ich mag Titanosaurus. Ich mag Mechagodzilla. Und Godzilla ist auch super toll da in diesem Film. Tolle Fight-Szenen. Und dann auch die Musik und alles. Kommt richtig gut rüber. Und dann auch das Ende dann. Klar, es ist, wie gesagt, das ist eine Top-5-Leute. Weil ihr müsst mir denken, es ist auch Spoilermäßig, ne? Wenn die halt, die ist halt dann wirklich tot. Ohne deswegen wäre Mechagodzilla nie dann zur Strecke gebracht worden. Und dann ist der dann halt da. Und Godzilla ist dann da unten. Und verabschiedet sich auch noch so. Aber auch so leicht, so irgendwie auch so traurig. Dass irgendwie Godzilla dann doch irgendwie auch mitfühlt. Und dann auch verschwindet. Und dann ist Ende. Einfach auch ein schönes Ende. Weil es war der letzte Godzilla-Film der Showa-Ära. Und dann war 10 Jahre Pause. Und ja, Terror auf Mechagodzilla ist so ein toller Film, Leute. Ohne Scheiß. Es ist, ohne Witz. Ich mag den. Deswegen, er ist Kindheit für mich. Er ist Andenken an der ganzen Showa-Ära für mich. Und nochmal, dass halt wirklich auch Honda und der Komponisten alle damit gearbeitet haben. Einfach toller Abschluss der Showa-Ära. Und auch ein sehr, sehr toller Film. Wirklich war. Deswegen Terror auf Mechagodzilla. Die Brot des Teufels. Auf Platz 2. Und somit auch die Showa-Ära auf Platz 2. So, Leute. Last but not least. War das so richtig? Keine Ahnung. Na, was wird wohl wahrscheinlich auf Platz 1 sein, Leute? Also, natürlich ist auf Platz 1. Welche Ära ist natürlich auf Platz 1? Die High-Sai-Ära. Ja, ich habe bei der High-Sai-Ära eigentlich fast nichts wirklich Extremes auszusetzen. Er hat so viele Brecher. Ich glaube, er hat, ich überlege gerade, er hat auf jeden Fall für mich 1, 2, 3 Filme mit voller Punktzahl, wenn nicht sogar 4. Und es ist für mich die beste Ära. Der schönste Godzilla, den es jemals gab, ab einem bestimmten Zeitpunkt. Zwar mag ich auch den Return of Godzilla. Godzilla, aber das schönste Godzilla, den es gab überhaupt, an allen, auch die Fights und alles sieht so toll aus. Und klar, hier und da, die Story, sie so prickeln und einer zieht sich auch sehr lange. Das ist nämlich Godzilla vs. Mecha-Godzilla 2. Aber nichtsdestotrotz ist es eine so tolle Ära. Beginnend mit Return of Godzilla, die Rückkehr des Monsters. Was ein arschgeiler Film, Leute. Ich habe den dann mal wieder auf DVD angeschaut. Ich hoffe so sehr, es kommt mal noch eine geile VÖ in Deutschland raus. Aber ich habe den angeschaut, die Musik. Es ist eine andere Musik. Später, im Nachhinein, kommt dann Ivo Kubel wieder auch rein mit seiner Musik. Deswegen ist leider Return of Godzilla nicht auf diesem Platz. Aber Return of Godzilla. Godzilla einfach auch wieder so eine böse Naturgewalt. Der Rang kommt auf ihn. Japan und alles. Niedermacht und Niedermedern und alles Mögliche. Die Musik und sie haben keine richtige Chance, ihn fertig zu machen. Und natürlich dann am Ende, wie sie ihn versuchen, mit so einer Art Vogellock-Mechanismus. Weil die halt dann sagen, dass Godzilla auch irgendwie so ein bisschen ist wie so Zugvögel. Dass er da auch dann verfolgt mit so einer Art Sound. Dass die ihn dann auch irgendwo hinlocken zu einem aktiven Vulkan. Und dass er dann da reinspringt. Und so endet dann auch Return of Godzilla. Alleine dann diese Musik. Wenn er dann so bei einem Vulkan ist und es steht dann davor irgendwie so. Und alle schauen so. Und ich dachte immer so als Kind, der, ich glaube der Haupttyp aus Japan, der Ober-Ober-Dingens aus Japan. Präsident, keine Ahnung. Weint, weil Godzilla da reinfällt. Und dachte immer so, oh nein, der ist jetzt auch traurig. Aber im Nachhinein ist er so traurig. Die Bestie wird jetzt dann doch irgendwie besiegt. Aber Japan ist in Schutt und Asche. Ich denke mal, deswegen weint er eher. So als Kind dachte ich so, er weint wegen dem guten Godzilla. Weil ich war immer für Godzilla. Egal, was er kaputt gemacht hat. Und ich war immer für ihn. Aber Return of Godzilla ist halt einfach so. Und da kommt dieser Abspann, dieses, diese eine Song. Ich glaube, der heißt Sayonara oder sowas, glaube ich auch. Irgendwie so der Song. Ah, herrlich. Wirklich, Return of Godzilla, so ein toller Film. Und dann kam die Fortsetzung. Also, ja, Toho hat nachgefragt, haben Fanpost angenommen, gegen was soll Godzilla als nächstes kämpfen. Und da fanden die die Idee so geil, dass er gegen eine Blume kämpfen soll. Und dann bringen sie es wirklich. Eine Rose, eine mutierte Rose. Also aus Godzilla-DNA, aus Rosen-DNA und dann auch anscheinend, und auch aus der Seele dieses Professors, der seine Tochter da verloren hat. Es ist auch richtig, richtig cool. Godzilla der Uggigan oder Godzilla vs. Biolante. Oder Biolanti. Keine Ahnung, wie man es mal ausspricht. Richtig, richtig geil. Und dann natürlich kommt noch ein Film, in dem wir sprechen wir gleich. Godzilla vs. King Ghidorah, Duel der Megasaurier. Gleich, weil, wie es jetzt wisst ihr, ist schon, was Teil 1, also was Platz 1 ist. Aber dann gibt es auch noch Godzilla vs. Mostra, Kampf der Saurier-Mutanten. Oh, Batra. Die haben eine neue Art Schmetterlingsvieh. Und Batra ist so ein geiles Vieh. Ich feiere es noch mehr in der Raupenform auch. Und echt so toll. Ich habe meine Mutter damals so immer extrem genervt, wenn Godzilla, Kampf der Saurier-Mutanten, wenn ich den noch vorher sah, und dann haben diese Zwillingsdinger da gesungen. Meine Mutter ist durchgedreht immer. Meine Mutter ist durchgedreht. Wenn ihr es jetzt heute noch hört, die würde ausflippen. Das weiß ich, das ist das Lustige. Natürlich, dann kamen drei Filme, die ich erst später gesehen habe. Natürlich Godzilla vs. Mecha-Godzilla 2. Auch ein toller Film, wo auch Godzilla Junior dann eigentlich wieder dazukommt. Und natürlich Godzilla vs. Space Godzilla, wo Godzilla praktisch gegen sich selbst kämpft. Aber aus dem Weltei ein Godzilla, der durch die DNA von Biolante und von Moser, die natürlich wieder weggeflogen ist, die DNA ins Weltei gelangt ist und so Space Godzilla gekommen ist mit einem super knuddeligen Baby-Godzilla. Ich liebe Baby-Godzilla aus Godzilla vs. Space Godzilla. Wirklich, Leute. Ich liebe den. Ich hätte den so gerne mal als Figur noch und so. Der ist auch super schön. Und dann der Abschluss, der ganz knapp hier auch an Platz 1 vorbeigeschrammt ist. Ihr merkt schon, ich sehe gerne den Abschluss. Aber Godzilla vs. Destroyer, Leute. Was ein arschgeiler Film. Junge, ich kriege gerade wieder auch Gänsehaut. Godzilla vs. Destroyer. Dieses Vieh, das wirklich wie ein Teufel ausschaut. Den Film hätte man dann im Deutschen Godzilla gegen die Teufelsmonster auch nennen können. Und Godzilla ist einfach Kernschmelze aktiv. Also er ist so überladen und so, dass er bald irgendwann zur Kern schmelzt und alles in Schutt und Aschen legt. Er ist richtig glühend, rot, orangelig, alles und so weiter. Und sie wollen das dann verhindern. Und dann taucht auch noch Destroyer aus. Destroyer auf. Ein mutiertes Vieh aus dem damaligen Oxygen-Destroyer. Aus dem allerersten Godzilla. Also ihr seht, der allererste Godzilla-Show-Reihe ist immer noch ein Bindiglied mit den ganzen Hessei-Reihen. Godzilla ist komplett ein roter Faden und richtig geil erzählt. Und ich kenne es auch bei Godzilla vs. Destroyer. Die Musik, dieser Bass, diese Trompeten und alles. Brrm, 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 brrm. Du merkst, es geht zum Ende hin. Es geht so, es ist wirklich dieses Ende dieser Ära. Du merkst es richtig so. Der Sound ist einfach nochmal brachialer in diesem Film und ist so massvoll geil. Und dann, wenn natürlich das Ende kommt und Godzilla dann wirklich stirbt, ist es so herzergreifend. Ich kriege jedes Mal ein Tränchen im Auge, wenn es dann ist. Und dann mal noch einen Godzilla-Schrei hört, man sieht eine Silhouette und es ist vorbei. Godzilla vs. Destroyer, ihr merkt es schon. Da gehen Emotionen auch pur. Ist für mich auch ein richtig, richtig, richtig toller Film. Und, aber nichtsdestotrotz, für mich ist immer noch die Nummer 1 Godzilla-Duell der Megasaurier. Godzilla vs. King Ghidorah. Es ist einfach der Film, wo das Übel freien Lauf sah. Warum ich Godzilla-Fan wurde. Es ist ein Grund, dass der auf Platz 1 ist und natürlich einfach auch, für mich ist da der schönste Godzilla. Es ist natürlich auch ein Kostümdesign. Ein Kostümdesign wurde auch von aus der Urgigant genommen, weil der Urgigant-Godzilla ist so das Liebste. Von dieser ganzen Reihe, die tendieren ja ein bisschen anders, die Kostüme, aber die sind immer ähnlich. Aber Ulgan und King Ghidorah sind immer noch so die ähnlichen Kostüme, wurde dann später nochmal ein anderes ein bisschen leicht erstellt bei King Ghidorah. Aber es war immer noch das gleiche Suit, sozusagen. Und für mich eine der schönsten Godzilla. Alleine, es ist einfach schön, einfach diese Ur-Story herauszufinden, wie Godzilla entsteht. Dass da so eine Art T-Rex-Dinosaurier war, der auf einer Insel war, der irgendwie dann auch noch den Japanern da geholfen hatte, sozusagen den Amerikanern. Und dass er dann eigentlich schon fast im Sterben lag und dann durch irgendwelchen Atomdingern, Atomtests dann doch zu Godzilla wurde. Zu dem Unheil von Japan ist auch geisteskrank geil gemacht. Wirklich auch schöne Effekte und alles. Boah, wenn ich gerade wieder dran denke. Natürlich, es gibt hier und da ein paar Trash-Momente, wenn ich das auch immer sehe, auch der Art Terminator-Verschnitt, Bubble-Up und alles zum Weitere. Es war halt auch gerade so der Zeit, wo auch Terminator 2 rauskam. Klar, es gibt ja auch ein paar bisschen Trash-Momente, aber allein diese Kampfsequenz, wo er gegen Ghidorah kämpft und der umschlingt ihn. Und dann diese Attacken und alles. Und dann, wenn er dann auch zu dem geht, den er damals gerettet hat im Weltkrieg, Godzilla, und dann sieht man dieses Dingens, wenn er noch ein Anruf, ich bin immer noch bei dem Gebäude, ich lasse schicksalfreien Lauf. Damals hat er mich gerettet, heute holt er mich wieder. Und dann steht er da vor dem, man sieht auch diese Melodie, wenn Godzilla dann so den Kopf nickt und so. Und er steht dann davor da und dann Godzilla dann seinen Atom an Strahl loslässt und er dann weg ist. Das ist auch so eine tolle Sequenz. Und dann kam das, was kaum kommen musste. Ein neuer King Ghidorah. Mecha King Ghidorah. Was? Wie geil ist diese Idee eigentlich dann? Ein Mecha King Ghidorah. Und der sieht auch so cool aus. Ich liebe ihn einfach. Und dann auch der Fight. Klar, die Fights sind nicht so lang, aber hey, Godzilla Duell der Megaseuer. Godzilla vs. King Ghidorah ist einer meiner Lieblingsfilme. Deswegen ist er ja auch im Monsterverse so hoch angelegt, weil viel daran auch angelehnt ist an Godzilla vs. King Ghidorah. Aber der Film ist einfach eine Wonne. Ich habe den mir dann auch nochmal extra angeschaut, hier für diese Top 5 umzusehen. Ey, mag ich den immer noch und so. Obwohl die DVD, sie ist eine bessere Qualität, obwohl die DVD nicht so eine geile Qualität hat. Ich habe echt gedacht, oh scheiße ey. Ich hoffe, da kommt nochmal was raus. Aber ich habe den genossen. Ich habe den von Minute 1, also von Sekunde 1 bis zur letzten Sekunde saß ich hier oder lag hier und habe mir den Film wieder angeschaut. Und habe einfach wieder gemerkt, warum ich Godzilla so liebe. War jedes Entstandnis dieser Faktor. Und es war einfach der richtige Film für mich damals als Kind, den zu sehen. Ich mochte damals Dinosaurier. Und da ja Godzilla sozusagen ein Dinosaurier mal war und dann durch Atomtesten, keine Ahnung was, wieder zu diesem Monster wurde. Allein dieser Faktor hat mich wahrscheinlich so begeistert, auch als Kind. Ein Dinosaurier irgendwie, der auch unkaputtbar ist, weil ich mochte das immer nie als Kind. Ich bin immer einer, der immer für die Monster ist. Und dann sterben die mir alle hier weg oder keine Ahnung. Und ich so, das kann doch nicht sein. Was ist denn los mit euch? Nein. Und Godzilla ist halt dieses ultimative Wesen, dass es immer wieder weiter bringt. Natürlich gibt es auch hier und da Momente, da stirbt er auch. Und es bricht mir das Herz. Aber diese Momente sind dann einfach so herzzerreißend, die mich dann so fertig machen. Nicht so wie in anderen Filmen. Deswegen Godzilla, King of... King... 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 King Ghidorah, Duell der Megasaurier. Mein Platz 1 dieser Top 5. Und auch die Heiser-Ära, wirklich auch Platz 1 durchweg eine tolle Ära. Wirklich war die Effekte, noch schöne handgemachte Effekte. Die Kostümdesigns sind so toll gemacht. Ich habe mir auch so Making-ofs und alles angeschaut. Wirklich war, wie gesagt, Duell der Megasaurier Platz 1 meiner Top 5. So, viele Leute, da sind wir in meiner Top 5. Ja, ich bin jetzt hier ganz schön ins Schwitzen gekommen. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht so viel über den heißen Brei gelabert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe hier nebenbei, wenn es jetzt offen gab, das Bild, was ihr am Anfang gesehen hattet. Oder das ich jetzt hier auch wieder vielleicht eingeblendet habe. Habe ich aus dem Netz mal bekommen irgendwie, weil ja Godzilla gerade 70-Jähriges feiert. Und da gab es so einen Godzilla-Ära-Guide. Und ich muss sagen, das fand ich ganz cool. Und verinteressiert es ja euch auch. Echt, echt tolles Teil. Und ja. Ich hoffe, ich habe nicht so viel über den heißen Brei gelabert. Oder keine Ahnung. Oder ich bin zu rüber gestolpert. Ich hoffe, es war für euch jetzt halt wirklich informativ, warum ich, welchen Film ich mag. Und warum es für mich manche Filme so besonders macht. Und ja. Schreibt mir in die Kommentare, wollt ihr noch mehr vielleicht irgendwelche Top-Listen sehen. Von irgendwas. Und dann war das vielleicht jetzt hier der Start mit meinen liebsten Godzilla-Filmen. In diesem Sinne wünsche ich euch was. Lasst mir doch wissen. Schreibt in die Kommentare. Lasst einen Daumen da. Und äh. Oder abonniert auch noch, falls ihr noch nicht hier seid. Auch. Oder auch nicht. Ne, wie gesagt. Haut rein. Macht's fein. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.